Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich spiele mal wieder für euch eine kleine Runde Call of Duty Black Ops 2 Abschluss bestätigt auf der Map Slums. Lasst uns viel Spaß haben, lehnt euch einfach zurück bei dem kleinen Gameplay, es wird ungefähr 3 Minuten dauern und jo, let's go. Abschluss bestätigt oder was, verwehrt? Egal, auf jeden Fall habe ich so eine Clan-Markierung jetzt gleich mal eingenommen. Oh, da vorne, ich will die Clan-Markierung. Ja, ich hab sie, ich hab sie ergattert, aber leider war das ein bisschen riskant, was ich getan habe, einfach mir dieses Clan-Ding hier zu schnappen. Ich hätte ein bisschen logischer denken sollen. So, au, Backe, da war doch was. Da hat mich dieses kleine Flugzeug doch in Stücke gerissen. Mann, oh Mann. Aber wir haben auf jeden Fall einen Vorteil errungen, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. So, die L-Zeit ist natürlich schon eine Kampfmaschine, gell? Oh Mann. Großes Teil ist das. Ah, Leute! Meine Waffe. Meine Marke, meine ich. Hab mir versprochen. Oh, da muss ich nur noch die Marken einnehmen. Oh, nee. Das ist aber schade. Dachte, ich könnte jetzt die beiden Marken nehmen. Aber da vorne ist noch eine Marke, oder? Ich halte Deckung, Dicker. Sorry, ich kann dir nicht folgen. Ah, der hat mich entdeckt, Alter. So, den Nächsten, den burn ich jetzt ins Jenseits, das schwöre ich euch. Den burn ich ins Jenseits. So, jetzt gehen wir langsam nach draußen. Raus rein und... Leute! Es läuft wieder! Ich bin wieder am Stecher. Jetzt muss ich nur noch Feuern. Boah! Die L-Zeit ist eine Kampfmaschine. Da brauchst du ein eigenes Spezialtraining. Um die zu führen, geht das an, Digga. Oh, die geht ab. Ups, ich hätte nicht so viel Salm hier rumballern sollen. Das ist nicht so gut. Sonst kommen die Haie. Die wollen aber... Die wollen mein Ding. Die wollen mein... Mein Emblem haben. Das war schlecht. Das war schlecht. Da hätte ich die Granate geben sollen. So, Leute. Wir müssen jetzt vor. So, Granate rein, abhauen. Hallo, jemand zu Hause? Lösen wir mal den Feueralarm aus. Boom, Sieg. 93 zu 89. Spielbonus 414 EP. Mann, Leute. Das war ein kleiner Kampf. Meine Nerven sind jetzt auch schon am Ende. So, schauen wir uns das letzte Intro an. Von Bramel. Burn. Wunderbar. Ja, das war es. Boah, was gelobt. Boah, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gelder. Ciao.